Die Vorarlberger Holzbaukunst ist ein Verein von Holzbaumeistern, Architekten und ausgewählten Partnern im Zulieferbereich. Gemeinsam machen wir den Menschen Lust auf Gebäude in Holz. Dabei setzen wir auf exzellente Planung und handwerkliches Können, um die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen. Wie uns gilt noch der Handschlag. Ob Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser oder Dachwohnungen, Ob Lofts, Anbauten oder Aufstockungen. Ob Bürobauten oder öffentliche Gebäude. Ob Tourismusbauten oder landwirtschaftliche Gebäude. Ob Werkhallen oder Brücken. Wir Zimmerer düfteln gerne eine kreative und witzige Idee. Testen uns ruhig. Ob Rahmenbau, Massivholzwände, Boxen oder neue Varianten des Blockbaus. Wir bauen modern, schnell und ökologisch. Und ganz wichtig, der moderne Holzbau reduziert den Lärm, den schraubenden Abfall auf einer Baustelle auf ein Minimum. Schlafen fröhlich weiter. Wenn wir den aufwachen, sind wir schon fertig. Der neueste Trend sind ganze Hochhäuser in Holz- oder Holzmischbauweise. Vorarlberg hat zwar noch keine Holzhochhäuser, gilt aber seit vielen Jahren als der Brennpunkt der modernen Holzbauarchitektur und locht auch lehrlich tausend Architekturtouristen an. Wir sind ja Zimmerer. Wir sind stolz darauf, dass wir mit unserem Handwerk zu diesem Ruf beitragen dürfen. Schauen wir mal vorbei im Zimmerer in eurer Neue. Schauen wir mal vorbei. Schauen wir mal vorbei. Schauen wir mal vorbei.